Eine Stunde ging das Interview zwischen Player 2 und Toast, dem Entwickler bei Yaga Games für The Cycle Frontier. Er ist Teil der Anti-Cheater-Einheit Special Force. Ja, und genau darum ging es auch in diesem Interview. Cheater, Anti-Cheat-Software, aber vor allem auch Konzepte für jetzt, für Season 2, was in Zukunft auf uns zukommen wird. Sehr, 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 sehr spannend. Ich fasse euch alles zusammen. Und den Original-Link zum Video findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Der Release von The Cycle Frontier von Yaga Games, das deutsche Team aus Berlin, grüße ich ihn raus, war zum Season-Start unerwartet erfolgreich. Also dieser Erfolg, damit hat sicherlich keine gerechnet. Kombination mit den Twitch-Jobs und dem ganzen Marketing, also das war schon ein ganz, ganz großes Ding. Und mit diesem tollen Erfolg sind natürlich auch die Cheater in das Spiel eingekehrt. Gerade, weil es auch ein Free-to-Play-Game ist. Also mit diesem Andrang wurden erstmal sowohl Spieler als auch die Entwickler komplett überrannt. Wir haben in dem Interview mit Player 2 und Toast jemanden am Start, also Toast, der im Anti-Cheater-System in dem Team mitarbeitet. Und er erzählt uns so ein bisschen, was der aktuelle Stand ist. Was wurde seitdem gemacht, seitdem diese große Welle begann. Das erste ist das Battle-Eye-System. Das Battle-Eye-System wurde eingeführt und im Grunde genommen ist es so, dass das Battle-Eye-System für jedes Spiel angewendet werden kann. Aber immer nur so gut ist, wie die Algorithmen und Informationen, die der Entwickler dem Battle-Eye-System gibt. Das bedeutet, ein Battle-Eye-System bekommt die Informationen und kann dann spielfizifisch sozusagen dafür sorgen, dass Cheater gebannt werden. Dabei werden Cheater gebannt anhand ihrer Software, das heißt Battle-Eye erkennt benutzte Software und dadurch werden sie gebannt sozusagen, bevor sie überhaupt ins Spiel kommen können. Also die Cheater-Software wird erkannt und es wird sofort ein Bann ausgesprochen. Hier ist es wichtig, dass das Battle-Eye-System entsprechend gut gefüttert wird, aber auch immer aktualisiert wird, weil natürlich ist es so, dass Cheater auch immer weiter vorankommen, immer bessere Technologien haben. Und entsprechend ist es ein Never-Ending-Story, also hier muss immer weiter gekämpft werden und das Battle-Eye-System immer aktuell gehalten werden. Deswegen hat Jager mittlerweile ein eigenes Team, welches sich nur um solche Punkte kümmert und Battle-Eye füttert, füttert, füttert. Das zweite System sind die internen Banns. Hier ist es so, dass das Spiel selbst über einen Algorithmus herausfindet, wer gecheatet haben könnte. Als Beispiel, ihr tötet jemanden mit einer C2 oder ein Cheater tötet jemanden mit einer C32 und derjenige hat plötzlich 10.000 Schaden verursacht. Das sind unnatürlich hohe Werte, die durch einen Cheat hervorgebracht werden können, genauso wie wenn jemand mit einer Waffe übernatürlich schnell schießt oder eben irgendwelche Werte verursacht, hervorbringt, die man selbst durch ein Pro-Gameplay nicht erklären kann. Also das heißt, es ist natürlich viel, viel komplexer, was das Programm analysiert, aber es ist so, dass das Spiel intern sozusagen die Werte, die ganzen Zahlen auswertet und dementsprechend Banns verteilt. Das ist also Nummer zwei, das interne Bannsystem. Und als drittes haben wir noch das manuelle Bannsystem. Das erfolgt sozusagen durch die Spieler selbst, durch euch. Ihr reportet einen Cheater und ein Mensch, eine menschliche Person schaut sich dann diesen Report an, schaut sich die Logfiles an, die Situation und entscheidet dann manuell, Oha, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Diejenige hat die gecheatet und wird gebannt. Ich möchte an dieser Stelle einmal betonen, wie Player2 jetzt das Interview eingeleitet hat. Und zwar hat er gesagt, Leute, mein Name ist Player2 und ich bin ein eher niedriger bis mittlerer MMR-Spieler, aber auch ich habe Cheater-Erfahrungen gemacht, als ich in die höheren MMR-Ränge reingeschaut habe und ich weiß, wie frustrierend das Ganze sein kann. Ich fand diesen Einleitungssatz sehr, sehr interessant, weil hier nochmal darauf eingegangen wurde, dass die Cheater, das Antreffen von Cheatern durchaus MMR-abhängig ist. Wer jetzt überhaupt nicht weiß, was ist MMR, wie baut sich das auf, wie berechnet man das, ich habe zwei Videos dazu gemacht zum MMR selbst und zum Bucket-System. Schaut es euch gerne an, da wird nochmal im Detail erklärt, was ist das MMR-System. Aber so viel dazu, je besser ihr seid, desto höher ist euer MMR-Wert, das ist ein Matchmaking-Rating-Wert und je mehr MMR, je höher euer MMR ist, desto höher steigt ihr sozusagen in eurer Klasse auf. Und es ist natürlicherweise so, dass ein Cheater immer in den höchsten MMR-Rängen unterwegs ist, weil er natürlich unnatürlich hohe MMR-Werte haben muss. Das bedeutet, teamt ihr ab zu zweit, habt einen guten Spieler an eurer Seite oder seid selber schon sehr, sehr erfahren und gut in einem Spiel, kommt ihr automatisch auf höhere Wahrscheinlichkeit, dass ihr einen Cheater trefft. Deswegen ist es so, dass einige Spieler viel, viel mehr Kontakt haben zu Cheatern, während andere schon seit Monaten spielen und sagen, sie haben noch nicht mal einen einzigen Cheater getroffen. Sehr, sehr interessant, dass Player 2 das hier nochmal anspricht, finde ich auch sehr, sehr wichtig für euch selber auch nochmal so als Feedback, warum der eine so viele Kontakte hat vielleicht und der andere gar keine. Und Player 2 betont an dieser Stelle nochmal besonders, dass er dieses Kompensationssystem entsprechend gut findet, weil dadurch haben sie auch das Gefühl, dass etwas getan wird gegen Cheater. Wenn du die Items zurückbekommst, mit denen du reingegangen bist, dann weißt du einfach, okay, das war ein Cheater und er wurde auch entsprechend bestraft. Und damit kommen wir auch direkt zum ersten Punkt, den Toast hier anspricht, was jetzt aktuell gemacht wurde, das Cheater-Kompensationssystem nämlich. Und das gibt es jetzt erst seit ein paar Tagen und das sieht so aus, dass ihr Items zurückbekommt, wenn ihr durch einen Cheater getötet wurde. Also es ist so, ein Cheater tötet euch, ihr werdet gelistet, wer wurde alles getötet von diesem Cheater und die Items, die ihr dann am Start dabei hattet, bekommt ihr zurück. Die Voraussetzung ist, dass der Cheater nicht durch das Battle-Eye-System gebannt wurde, weil das Battle-Eye-System momentan noch nicht greift. Das ist aber nur eine Frage von Tagen, dann wird alles greifen, also dann ist es egal, wie der Cheater gebannt wurde, das ist einfach eine technische Frage, dass das Ganze richtig noch umgesetzt wird. Momentan ist es so, dass manuelle Bands greifen und interne Bands, also Punkt 2 und Punkt 3, wenn der Cheater durch dieses System gebannt wurde, dann bekommt ihr die Items wieder. Und hier hat Player2 nochmal gefragt, ja welche Items sind das eigentlich, ist das ein bisschen unklar, was, was kriegen wir, wie funktioniert das genau? Und Toast hat nochmal genau erklärt, ab Blau bekommt ihr eure Items zurück, also sei es jetzt Rüstungen, Waffen, Rucksäcke, sonstiges. Interessant hierbei ist, er hat gesagt, auch die Items kriegen wir zurück, also nehmt ihr zum Beispiel einen Autolader mit oder ein Gyroskop, um das für eine Quest abzugeben, dann bekommt ihr diese Items zurück. Also nicht nur Waffen und Rüstungen, sondern alles, was ihr dabei habt, über Blau, kommt als Item wieder zu euch zurück. Bei Grün ist es nicht klar, je nachdem, was es für ein Items ist, aber bei Grau ist es definitiv so, dass ihr Grau-Items nur als Geldwert zurückbekommt. Denn hier geht es darum, dass ihr die Items sowieso meistens kaufen könnt, Hülle und Fülle farmen könnt und deswegen bekommt ihr den Geldwert zurück, was auch für den einzelnen Spieler eigentlich besser sein sollte. Also sehr, sehr interessant hier, dass wir die Items zurückbekommen, ganz, ganz wichtige Info, das hier nochmal geklärt zu haben. Als nächstes hat Player2 gefragt, was denn jetzt mit Hardware-Bands ist. Die Community fragt immer danach, die Spieler fragen danach und fragen sich ja, warum wird das nicht gemacht? Wie stehst du als Toast, als Entwickler dazu? Warum werden sie nicht gemacht? Und was ist deine Meinung dazu? Und jetzt war die Antwort von Toast sehr, sehr interessant. Er meinte nämlich, das stimmt so gar nicht. Hardware-ID-Bands werden komplett durchgeführt. Sie werden gemacht, sie sind ein komplettes Teil des Anti-Sheet-Systems und werden ganz normal ausgeführt. Es ist vielleicht so, dass es in den Augen der Zuschauer und der Spieler nicht so extrem greift, weil Hardware-Bands nicht mehr so effektiv sind wie vor noch ein paar Jahren. Die Cheater sind technologisch schon so weit fortgeschritten, dass die reinen Hardware-ID-Bands gar nicht mehr so tiefgreifende Wirkungen zeigen. Denn ein Cheater hat mittlerweile selber so viele Tools, dass er diese Hardware-Bands umgehen kann. Also Hardware-Bands sind ein ganz normaler Teil des Systems. Standard sozusagen, sagt er. Aber sie haben längst nicht mehr so eine Wirkung wie noch vor einigen Jahren. Und deswegen ist der Impact auch nicht mehr so krass, wie wir es vielleicht hoffen. Toast hat er nochmal betont, dass es mittlerweile sehr, sehr, sehr viele weitere Tools gibt, um Cheatern entgegenzuwirken. Also abgesehen von Hardware-Bands, Battle-Eye, interne und manuelle Bands, geht es jetzt auch darum zu verstehen, wie funktioniert überhaupt das Cheater-System und was kann man dagegen tun. Und da ist ein wichtiger Punkt, den sie momentan angehen, die Einstiegsverzögerung. Also ein Cheater wird in der Regel immer besser erkannt und gebannt durch die verschiedenen Systeme. Das Problem ist halt, die Zeit, die er in einem Spiel verbringt, in der er cheaten kann, bis er einen neuen Account macht, diese zu reduzieren. Das wäre eine Möglichkeit, um das Spielerlebnis zu verbessern. Die Frage ist, wie aufwendig ist das und wie viel, wie intensiv, wie möglich ist das überhaupt, diese Zeitdauer zu reduzieren. Stattdessen könnte man eine Einstiegsverzögerung in das Spiel bringen. Das heißt, der Cheater wird gezwungen, länger im Spiel zu bleiben, bevor er überhaupt cheaten kann. Wie kann man das erreichen? Ganz einfach, indem man zum Beispiel das Tutorial erhöht. Also die Zeit, die man in einem Tutorial verbringt. Momentan ist es so, das Tutorial ist jetzt nicht so spannend und kann mit dem Escape-Knopf einfach übersprungen werden. Also machen wir das Tutorial nicht mehr überspringbar und hauen vielleicht noch eine Story dazu, dass das Ganze viel interessanter wird, viel spannender wird. Auch vielleicht eine Geschichte erzählt wird, sodass jeder Spieler auch gezwungen ist, dieses Tutorial durchzuleben. Lass es nur mal eine Stunde sein, die man in so einem Tutorial komplett verbringen muss. Das ist eine Stunde, die dem Cheater abgezogen wird und das ist reines Geld, was hier wieder dazu führt, dass der Cheater abwägen muss. Je weniger Umsatz er machen kann, je weniger Zeit er in einem Spiel verbringen kann, ist das noch in Relation zu dem, was er investiert und so weiter und so fort. Also auch hier ein weiteres kleines und leichtes Tool, um dem Cheater das Leben zu erschweren. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen, der nächste Schritt für eine Einstiegsführung ist die Quest-Logged Maps. Und zwar ist das so, dass die neue Map, die Map Nummer 3, für Season 2 komplett Quest-Logged sein wird. Genau aus diesem Grund, es ist so, dass wir erst eine Quest freischalten müssen. Wir haben keine Zahlen, sagen wir mal zum Beispiel, wir müssen Level 5 erreichen und bekommen dann eine Quest und diese Quest, wenn die zu Ende gespielt ist, schaltet Map 3 frei. Das bedeutet, dass ein Cheater extrem viel Zeit im Spiel verbringen muss. Also extrem viel, da reden wir von Tagen, ein, zwei Tage ist extrem viel. Muss extrem viel Zeit verbringen in einem Spiel, um dann Zukunft zu bekommen auf Map 3. Und das führt dazu, dass schon viele der Cheater gar nicht so lange durchhalten können, rein technisch, um überhaupt so weit zu kommen. Möglicherweise haben wir dadurch eine extrem reduzierte Anzahl von Cheatern auf Map 3. Also ein ganz einfaches, aber auch sehr effektives Tool, um Cheater das Leben noch schwerer zu machen. Die Frage ist jetzt, wenn das denn so einfach ist, warum macht man nicht für Map 2 auch noch ein Quest-Logged, äh, eine, 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 eine Quest, die, äh, die Map 2 auch noch schwerer zugänglich macht. Und die Antwort von Toast war da sehr, sehr interessant. Er meinte, das ist absolut logisch, viele Spieler gehen nicht am Anfang auf Map 1. Also wenn da Vibe kommt und wenn die ersten Quests gemacht werden müssen, dann denkt man so, ja, man muss auf Map 1 gehen. Äh, aber es ist tatsächlich so, dass viele direkt auf Map 2 gehen, um da die schwierigeren Items zu bekommen, weil sie vielleicht gezielt diese und jene Quests machen möchten. Und das ist eine normale, äh, Vorgehensweise von den Spielern und die möchte man auch nicht unterbrechen. Ähm, man möchte also den Spielfluss nicht verhindern. Allerdings ist es so, dass sie das auf dem Schirm haben, sie schauen sich das natürlich täglich an und wenn es den Anschein oder wenn es notwendig ist, dass man Map 2 auch Quest-Loggen muss, vielleicht auch nur über eine kleine Mini-Quest, dann werden sie das tun. Aber momentan versuchen sie das noch außen vor zu halten, dass es vielleicht auch ohne geht. Sie hatten es aber, äh, haben es im Hinterkopf und, äh, benutzen das als mögliches Tool noch für die Zukunft. Ja, und schlussendlich haben sie noch ein weiteres Thema angesprochen und zwar das Player, Trusted-Player-System von Steam. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt, das ist das, äh, Steam-System, welches sozusagen, also die Spiele-Plattform Steam, die analysiert, wie lange habt ihr schon euren Steam-Account, wie viele Käufe habt ihr auf eurem Steam-Account und benutzt ihr die Zwei-Faktor-Identifizierung auf Steam. Diese drei Parameter führen dazu, dass Steam sozusagen eine Bewertung eures Accounts machen kann und sozusagen so eine Art Gütesiegel euch geben kann. Seid ihr ein eher vertrauenswürdiger Steam-Nutzer oder seid ihr jemand, der gerade vor fünf Minuten den Account aufgemacht hat, um in irgendeinem Spiel wiederum einen neuen Account zu machen, um dort zu cheaten. Sehr, sehr interessantes Konzept und auch hier wieder eins von vielen, vielen Tools, was man zusätzlich benutzen kann. Toast sagt, sie sind hier schon relativ weit, was diese Implementierung angeht, das heißt, The Cycle Frontier wird auf dieses Trust-System zugreifen und diese Parameter für sich nutzen, um dem Spieler ein besseres Erlebnis zu bieten. Wie sie im Detail machen, sagt er auch, darf er jetzt nicht im Detail sagen, aber es wird, sie sind schon sehr, sehr weit bei der Implementierung und er denkt schon, dass es zu Season 2 absolut fertig sein wird und released werden wird. Er sagt jetzt aber ganz wichtig, bevor die Leute Panik kriegen, ja muss ich denn jetzt hunderte Euros ausgeben, um ein Trusted Player zu sein oder muss ich mal einen Account haben, der drei Jahre alt ist, wenn ich doch erst vor ein paar Monaten angefangen habe, PC zu spielen. Er sagt ja ganz klar nein, aber es sind natürlich Faktoren, die einem helfen können, ein besseres System zu ermöglichen, aber es zwingt, niemand muss das tun, also niemand benachteiligt, nur weil er eben gewisse Punkte nicht erfüllt. Was aber jeder machen kann, ist diese Zwei-Faktor-Authentifizierung einzuschalten. Er würde es generell sowieso Spielern empfehlen, auf Steam diese Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren, um den Account zu schützen und gleichzeitig kann diese einfache Methode helfen, euch das Erlebnis in Cycle Frontier zu verbessern. Habt ihr jetzt noch einen normalen Account mit ein paar Spielen drauf und existiert das nicht gerade seit ein paar Tagen, erhöht ihr schon drastisch euren Wert im Vergleich zu einem Spieler, der eben einen sehr, sehr niedrigen Trusted-Wert hat. Sehr, sehr interessantes Konzept und er betont an dieser Stelle, alles was bis jetzt gesagt wurde, sind sozusagen ganz kleine Tools, kleine Zahnräder, die ineinander greifen, aber das große Ganze, es ist natürlich noch viel, viel, viel mehr. Das Ding ist, er kann nicht alles erzählen, er muss sogar vieles geheim halten, vieles wird erzählt, wenn es soweit ist, teilweise bei Season 2 Start, teilweise zwischendurch, wir wissen, jede Woche gibt es einen Patch, aber viele Dinge werden niemals erzählt. Weil natürlich jeder Cheater, die Cheater, das ist eine Riesenindustrie, das ist eine Sache, da geht es um sehr, sehr viel Geld und die Cheater werden alles dransetzen, immer wieder auf den aktuellen Stand zu kommen, Anti-Cheat-Software zu umgehen, eigene Angriffe zu starten. Und je mehr Wissen ein Cheater hat, desto schwieriger ist es dann für den Entwickler und deswegen müssen sie mit vielen, vielen Sachen einfach geheim bleiben. Es geht leider nicht anders, ansonsten würden sie sich damit ins eigene Bein schießen. Aber er hofft, dass dieser kleine Ausblick auf das, was momentan gemacht wird, die Ideen auch, dass man nicht einfach nur sagt, wir machen eine Hardware-Bahn, sondern dass es viel, viel, viel weiter geht, dass man versucht sozusagen auf sehr, sehr vielen verschiedenen Wegen dem Cheater Herr zu werden, dass das das Grundkonzept ist und dass sie deswegen sagen, der Kampf gegen die Cheater ist Priorität Nummer 1 und dass sie deswegen ein Team dafür haben. Und dieses Team, er sagt, sie sind nicht zufrieden mit der Größe des Teams, sie wollen neue Leute haben und tatsächlich sind momentan auch Stellenausschreibungen offen, also wenn jemand von euch Lust hat, auf jager.de kann man sich bewerben und das Team wird schon endlich verstärkt. Also wer da Erfahrung hat und Risse hat, kann gerne mal vorbeischauen. Soviel dazu, ich bin da kein Experte drin, ich werde mich auf gar keinen Fall bewerben, deswegen sage ich an dieser Stelle, bleibt gesund, bleibt sauber, hoffen wir auf ein Cheater-freieres Erlebnis in Season 2 und bis dahin. Hasta luego, hasta la vista, ciao, 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 ciao.